Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Es ist mal wieder Zeit ein bisschen zu experimentieren und ich habe mir heute überlegt, einen Vintage-Effekt mit verschiedenen Mahlhilfsmitteln und Oxidationsmedien herzustellen und ich benutze auch eine Spachtelmasse, die endlich das tut, was sie tun soll. Sie krackeliert. Bei den angewandten Techniken braucht es sehr viel Zeit zwischen den einzelnen Arbeitsschritten, die Leinwand muss immer wieder trocknen, die Spachtelmasse muss trocknen, um krackelieren zu können und ganz am Ende, wenn ich denn das Oxidationsmedium auftrage, ist es am besten, wenn man das Bild mindestens eine Nacht liegen lässt, weil sonst der Effekt nicht richtig rauskommt. Aber das sehen wir dann im Einzelnen. Ich habe heute die flüssigen Acrylfarben von Golden genommen und habe mir eine Mischung aus dem Türkis, dem Aquamarine und dem Paints Grey hergestellt und auch zweifach grundiert, um dieses satte, tolle Blau im Hintergrund zu bekommen. Inzwischen habe ich den Metallgrund in Silber von Bösner aufgetragen, dazu ein bisschen Paints Grey gegeben und das Ganze mit meinem breiten Spachtelmesser, es war einmal ein Pfannenwender, auf meiner Leinwand verteilt und mit Hilfe meines Rakelwerkzeuges habe ich versucht, das Ganze etwas interessanter zu gestalten. Ich wiederhole diesen Prozess ein paar Mal, um verschiedene Schichten und Dichten des Malgrundes zu erzeugen, denn alles, was ich jetzt auftrage, hat auch hinterher die Chance zu oxidieren. Das Medium, was ich jetzt auftrage, ist der sogenannte Eisengrund P und rechts im Bild könnt ihr den Deckel sehen und der ist ja schon schön rostig und das ist nämlich so, dieses Medium muss immer gut verschlossen werden, weil sich sonst eine Schicht auf dem Eisengrund bildet und schon alleine an der Luft oxidiert. Ihr werdet das im Verlauf des Bildes immer wieder feststellen, ich habe da noch nichts gemacht und trotzdem fängt dieses Medium an, sobald es Sauerstoff ausgesetzt ist, zu oxidieren. Achtet zwischendurch da mal drauf. Damit das Bild auch ein bisschen Strukturen bekommt, trage ich noch Eisenpulver auf. Das ist ähnlich zu sehen wie den Glitter, den ich sonst zwischendurch auftrage. Nur dieses Eisenpulver oxidiert auch mit einem Medium dann anschließend zu Rost. Das ist also auch immer ein sehr schöner Effekt, der dabei entsteht. Ich habe mir die Produkte alle selbst gekauft. Ich bin nicht gesponsert. Könnte man ja vielleicht meinen, weil ich jetzt hier die ganze Produktreihe von Bösner sozusagen ausprobiere. Aber das ist nicht so. Ich denke nur, wenn jemand das von euch nachmachen möchte. Es gibt verschiedene andere Hersteller, die diese Art von Produkten anbieten. Ihr solltet euch dafür aber entscheiden, dass ihr von einem Hersteller die Produkte nehmt, weil sonst laufen die chemischen Prozesse nicht richtig ab. Und das wäre ja nicht so schön, wenn man dann anschließend da steht. Und es funktioniert nicht. Mit dem Spitzenänder eines Holzstäbchens jetzt bringe ich ein paar gekrackelte Linien auf meine Leinwand und das klappt so lange hervorragend, wie die Farbe noch nass ist. Jetzt kommt der Part in diesem Video, auf den ich am meisten gewartet habe. Und zwar ist das das Auftragen der Spachtelmasse. Diese Spachtelmasse wurde mir als Krakelierpaste verkauft und das letzte Mal hatte ja ein Krakelierlack nicht funktioniert. Es war so rund um Weihnachten. Und deshalb war ich jetzt ganz gespannt, was es denn mit dieser Spachtelmasse auf sich hat. Ich trage die zunächst einmal sehr vorsichtig auf meine Leinwand auf, überlege mir auch, wie die Bildkomposition aussehen kann und erhöhe dann anschließend immer wieder die Schichtdicken, weil sonst der Krakeliereffekt auch nicht eintreten kann. Es ist natürlich so, je dicker die ganze Schicht ist, desto länger braucht diese Masse auch, um durchtrocknen zu können. Anschließend trage ich auch hier wieder ein bisschen Eisenpulver auf, in die noch nasse Spachtelmasse, denn ich habe vor, das Ganze hinterher auch hier mit dem Oxidationsmedium zu bestreichen. Wie ihr hier in der Detailaufnahme sehen könnt, hat es funktioniert, die Masse ist trocken und der Krakeliereffekt ist hervorgetreten. Ich hatte mir überlegt, die Vertiefung mit kupferner Farbe auszufüllen, denn ich wollte eigentlich ein Oxidationsmedium benutzen, was hinterher eine grüne Patina-Schicht macht. Also das war ursprünglich die Idee, aber entweder ist das Oxidationsmedium schon abgelaufen oder ich habe etwas falsch gemacht. Das kann ja auch sein. Jedenfalls gab es für mich an den Hauptstellen hinterher keine grüne Patina, sondern nur ganz vereinzelt. Das nur zur Erklärung. Also diese Kupferlinien haben leider hinterher gar nicht mehr den gewünschten Effekt. Umso besser funktioniert jetzt der Eisengrund P, den ich mithilfe eines Schwammes auf die Spachtelmasse aufbringe und da überlege ich mir auch Stellen, wo ich den Eisengrund dichter aufbringe, um dunklere Stellen zu erzeugen. Jetzt trage ich den Malgrund in Kupfer auf und hier sollte eben anschließend der Effekt einsetzen, dass grünliche Patina entsteht. Ich hatte für meinen Vater rund um Weihnachten ein Bild gestaltet, was er dann von mir zu seinem Geburtstag bekommen hat und da hat es relativ gut funktioniert. Ich spoiler jetzt mal eine Runde auf diesem Bild leider überhaupt nicht. Da das Bild jetzt auch erst mal mindestens 60 bis 80 Minuten trocknen muss, gönnen wir uns eine kurze Kamerafahrt über die bisher gestaltete Leinwand und hier kann man sehen, wie die ganzen einzelnen verschiedenen Schichten aufgebaut worden sind. Vorhin hatte ich erwähnt, dass der Eisengrund P schon mal an der Luft oxidiert von ganz alleine und das sind die kleinen rostfarbenen Stellen, die sich hier schon gebildet haben und das macht in jedem Fall Lust darauf, gleich das Oxidationsmedium auftragen zu können. Es gibt extra Farbkarten, auf denen man sehen kann, wie welcher Malgrund oder der Eisengrund P mit welchem Oxidationsmittel zusammen reagiert. Es gibt meiner Ansicht nach sieben verschiedene von diesem Hersteller und ich hatte jetzt das Medium Nummer 6 gegriffen, weil angeblich Kupfer und dieses Medium 6 gemeinsam den Grünspan erzeugen, aber hier habe ich die Rechnung ohne das Oxidationsmedium gemacht. Es wird hinterher einfach schön rostig. Das Bild sieht wunderbar aus, aber der ursprüngliche Effekt, weshalb ich ja auch diese kupferfarbenen Vertiefungen gemacht hatte, der tritt eben nicht hervor. Das blaue Oxidationsmedium, was ihr gesehen habt, habe ich für die anderen Flächen gewählt, weil da die Optik des Rostes etwas anders ausfällt. Das Bild hat anschließend 16 Stunden in Ruhe getrocknet. Ich habe euch das Bild wieder an einer Galerieschiene aufgehängt und mit einem anderen nicht beleuchtet, sodass die wunderbaren Rostpartien in ihren unterschiedlichen Rosteffekten gut zur Geltung kommen. Leider kann man den Glitzereffekten, den das Silber auf diesem Bild hinterlassen hat, mit dem Kameraauge nicht erkennen, mit dem bloßen Auge schon. Und ich finde, es hat sich gelohnt. Zwischendurch sah das Bild ja eher so aus, als würde es sich überhaupt nicht lohnen. Aber dieser Effekt, dieses Rostbraun auf diesem wunderbaren tiefen Blau sieht einfach nur herrlich aus. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.